Hast du zum Kochen so gar keine Zeit oder bist du vielleicht ungeschickt? Würdest du gern wieder schön essen gehen, doch im Lockdown, da geht das ja nicht. Im Advent ist die Pizza nicht festlich genug, auch Döner kannst du nicht mehr sehen. Ein feines Menü, köstlich und bunt wie im Restaurant, ach wär das schön. Wir kochen und braten, wir backen und schmoren, packen alles ganz schön für euch ein. Und zu Hause serviert ihr dann ganz ohne Mühe das Menü, leichter könnte es nicht sein. Gemeinsam sitzt ihr dann am Tisch und es schmeckt, alle Sorgen sind für den Moment ganz weit weg und ihr fühlt, das Leben ist schön. Dabei denkt ihr an uns und wir denken an euch, bis wir uns irgendwann wiedersehen.